Wie man sich für die PMNC 2021 anmeldet, stellt ein Team aus Teilnehmern über 16 Jahren zusammen. Geht auf die Turnierwebseite, registriert den Teamnamen und wählt die Region. Füllt anschließend die Details für jedes Teammitglied aus. Die Registrierung für die offenen Qualifikationsrunden gehen vom 30. April bis 24. Mai. Die Quali-Spiele werden vom 4. bis zum 11. Juni gespielt. Jeden Abend um 19 Uhr Arangel, 20 Uhr Miramar und 21 Uhr Sanhawk. Meldet euer Team an und werdet Champion. Macht euer Heimatland stolz!